Pinot Noir ist eine rote Rebsorte, die in vielen Regionen der Welt angebaut wird. Sie ist bekannt für ihre feinen Aromen und ihre Fähigkeit, die Charakteristika des Terras, in dem sie angebaut wird, wiederzuspiegeln. Hier sind einige interessante Fakten über Pinot Noir. Die Sorte stammt ursprünglich aus der Bourgogne in Frankreich und ist heute weltweit verbreitet. Sie wird unter anderem in den USA, Neuseeland, Australien, Chile und Deutschland angebaut. Pinot Noir Weine haben normalerweise eine helle bis mittelschwere Körperstruktur und sind von einer leichten roten bis rubinroten Farbe. Der Geschmack kann von fruchtig und saftig bis hin zu würzig und erdig reichen. Die Sorte ist bekannt für ihre Vielseitigkeit und kann sowohl als sortenreiner Wein als auch als Cuvée verwendet werden. Häufig wird sie mit Chardonnay kombiniert, um eine Champagner-Mischung herzustellen. Die Sorte ist auch eine der Hauptkomponenten in der Produktion von Burgunderweinen aus Frankreich. Diese Weine sind berühmt für ihre Komplexität und Tiefe und können sehr teuer sein. Im Allgemeinen neigen Pinot Noir Weine dazu, empfindlicher zu sein als andere Rotweinsorten, was bedeutet, dass sie sorgfältiger angebaut und verarbeitet werden müssen, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Pinot Noir Weine eignen sich hervorragend zum Kombinieren mit einer Vielzahl von Lebensmitteln, von Fisch und Geflügel bis hin zu rotem Fleisch und Käse. Pinot Noir Weine